Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der katholischen Presseschau aus dem Studio von Kirche in Not in München nehmen wir wieder aktuelle Themen unter die christliche Lupe. Mein heutiger Gast, Anjan Christoph Wimmer, Chefredakteur der Catholic News Agency Deutschland. Herr Wimmer, schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hochfahren ist das Motto dieser Tage. Kitas und Schulen fahren wieder hoch, Lokale, Hotels und Geschäfte und auch das kirchliche Leben nimmt wieder Fahrt auf. Wobei, kann sich die Seelsorge von einer Pandemie überhaupt in die Knie zwingen lassen? Ja, und das hat sie sogar massiv getan, meint die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen und frühere Pastorin Christine Lieberknecht. Im Interview mit der Tageszeitung Die Welt geht Lieberknecht hart mit der Kirche ins Gericht. Sie habe während des Lockdowns hunderttausende Menschen alleingelassen. Vor allem Sterbende. Da wurde kein letzter Psalm gebetet. Es gab keinen Trost, keine Aussegnung am Sterbebett. Mir kommt da die biblische Geschichte der babylonischen Gefangenschaft in den Sinn. Den Israeliten war es verboten, ihre Toten zu begraben. Sie haben es unter Einsatz ihres Lebens trotzdem getan. Dazu hätte ich mir ein klares Wort der Kirchen gewünscht. Das konnten und wollten die Kirchen nicht auf sich sitzen lassen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die katholische Seite sagte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, das glatte Gegenteil sei richtig. Unsere Krankenhausseelsorger haben Unglaubliches geleistet. Unsere Palliativbegleiter ebenfalls, versicherte Kopp. Die Kritik von Frau Lieberknecht ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Herr Wimmer, kurz und bündig gefragt, wer hat denn nun Recht von den beiden? Ja, die subjektive Wahrnehmung beiseite gestellt und für die protestantische bestimmt auch, muss man aus katholischer Perspektive schon sagen, dass weltkirchlich Priester im Dienst an den Kranken gestorben sind, heroisch. Auch Papst Franziskus hat das immer wieder gewürdigt. Wir haben letzte Woche eine Geschichte veröffentlicht für einen Priester, der selber erkrankt ist und dann den Sterbenden die Beichte abnehmen konnte. Er ist wieder gesund geworden. Solche Geschichten sind keine Einzelfälle. Es ist ja trotzdem nicht von der Hand zu weisen, Corona hat auch die Kirche verändert und wird es noch weiter tun. Wo sind Sie da, große Veränderungen oder auch Einschnitte auf die Kirche zukommen? Es ist genau dieser Punkt, wo die digitale und wo die physische Präsenz der Kirche anfängt und aufhört, wie neue Formen entstehen können und auch entstanden sind. Ich glaube, vielleicht auch aus dem privaten Bereich haben wir da einiges lernen können. Auch wir haben in der Familie wieder mehr gemeinsam gebetet. Und hier sind Chancen, hier sind aber auch Herausforderungen. Gerade mit Blick darauf, die Hygienemaßnahmen zurückzuschrauben. Die Kirche schweigt. Nein, sie kann auch laut und deutlich sprechen. So laut, dass eine hitzige Debatte draus wird. Veritas liberabit vos. Die Wahrheit wird euch freimachen, meint der ehemalige US-Nuncius, Erzbischof Carlo Maria Viganò und zahlreiche ranghohe Unterzeichner der gleichnamigen Erklärung. Sie sehen in zahlreichen Corona-Maßnahmen Grundfreiheiten unverhältnismäßig eingeschränkt. Ja, die staatlichen Eingriffe seien ein beunruhigender Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht, so die Erklärung wörtlich. Zu den Unterzeichnern gehörte auch der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Und diese Tatsache ließ das Rauschen im deutschen Blätterwald mächtig anschwellen. Wenn das Kardinalshütchen aus Aluminium ist, ordnet Benjamin Lasive im Weserkurier die Erklärung in die Reihe kursierender Verschwörungstheorien ein. Lasive fordert drakonische Strafen für die Unterzeichner. Der rechte fundamentalistische Flügel der katholischen Kirche steht wieder einmal eng beisammen. Gegen Irrlehren dieses Kalibers muss durchgegriffen werden, im Notfall auch durch den Entzug von Bischofs- oder Kardinalswürden. Denn die katholische Kirche hat schon viel zu oft an Glaubwürdigkeit verloren, weil Rom bei offensichtlichen Fehlentwicklungen erst viel zu spät oder sogar gar nicht zu reagieren geruhte. Kardinal Müller wäre nicht Kardinal Müller, würde er solcher Fundamentalkritik ausweichen. Im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit bezieht Müller Stellung. Die Kritiker des Briefes blenden völlig aus, dass es illiberale Maßnahmen tatsächlich gibt. Und ich kann nicht sehen, dass im sogenannten Westen oder in China die christliche Kultur allgemein gefördert wird. Wenn jetzt in Zeiten von Corona bei einer Beisetzung die Teilnahme der Angehörigen verboten wird, obwohl die sich leicht auf einem Friedhof verteilen könnten, dann ist das unchristlich. Es ist nicht nur herzlos, sondern auch sinnlos. Wenn man das gelinde gesagt befremden, auch kirchliche Kreise über diese Erklärung war erheblich. Die Deutsche Bischofskonferenz ließ verlauten, sie mache sich die Wortwahl von Kardinal Müller und seiner Mitstreiter nicht zu eigen. Gibt es denn jenseits von pauschalen Urteilen doch am ein oder anderen Punkt die Möglichkeit zum Diskurs? Das muss man wirklich hoffen, denn hier werden ja nicht nur Dinge angesprochen, die zum Teil legitim, vielleicht zum Teil nicht sind. Sondern hier geht es auch um eine Grundangst, Grundsorge und um ein Kümmernwollen. Hier schreiben explizit ja auch Hirten. Und wenn sie in ihrem Anliegen doch etwas Gutes erreichen wollen, dann muss man ihnen zuhören und vielleicht auch begegnen können. Dazu eine differenzierte Debatte zu haben, das steht leider noch aus. Ich hoffe, dass es nach der Krise möglich ist, auch und gerade in der Kirche. Ein Kritikpunkt wiegt ja schwer und den bringt nicht nur Kardinal Müller vor. Die Kirche habe sich unter dem Druck der Eindämmungsmaßnahmen zu schnell und zu nachgiebig, etwas salopp gesagt, die Butter vom Brot nehmen lassen und sich damit selbst marginalisiert. Verfängt diese Kritik und welche Lehren sollte die Kirche daraus ziehen? Wir beobachten gerade, wie der Weltkirchlich auch betrachtet, wie sich das in vielen Ländern abspielt, von Australien bis Amerika, im sogenannten Westen, bis hin zu den Kirchen, zum Beispiel in Südkorea. Überall findet man andere Lösungen. Und ich glaube, auch hier bei uns, ja sogar regional in den Biestümern, entscheiden Pfarrer selbst oft, wie sie das am besten, vielleicht auch subsidiär katholisch, lösen. Das müssen wir erstmal wahrnehmen und dann erst auswerten, dass eine Manöverkritik aussteht. Das ist auf jeden Fall klar. Wo wir in Deutschland und Europa langsam nach dem ersten Corona-Schock wieder hochfahren, drückt die Pandemie Menschen in Kriegs- und Entwicklungsländern noch tiefer ins Elend. Darunter sind oft auch christliche Minderheiten. Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, greift eine Meldung von Kirche in Not auf. Demnach werden in Pakistan Christen und andere religiöse Minderheiten bei der Zuteilung von Hilfsgütern systematisch benachteiligt, berichtet das Blatt unter Berufung auf den katholischen Menschenrechtler Cecil Shane Chaudry. Es gäbe auch Meldungen über Hilfspersonal, dass Nicht-Muslimen die Unterstützung verweigert habe. Chaudry zitiert einen Imam aus Lahore, der bei einer Predigt angekündigt habe, morgen früh werden Hilfsgüter an Notleidende verteilt, aber nur an Muslime. Dabei gehörten Christen und andere religiöse Minderheiten zu den besonders hilfsbedürftigen Gruppen der pakistanischen Gesellschaft, so der Menschenrechtler. Ja, ein schockierender Befund, nicht nur aus Pakistan, auch aus anderen Ländern wird Ähnliches vermeldet. Wie kann darauf eine angemessene Reaktion der westlichen Welt aussehen? Die Art und Weise, wie Papst Franziskus versucht, hier Fortschritte zu machen durch Versöhnung, durch gemeinsame Aktionen und Unterschriften, die ist der eine Schritt. Der andere ist aber sicherlich auch, dass westliche Regierungen Druck ausüben und sagen, Menschenrechte gelten für alle und müssen dementsprechend umgesetzt werden. Hier nehme ich doch leider ein Zögern wahr, was Christen betrifft. Ein Geburtstagskind der vergangenen Wochen wurde und wird bis heute als starke Stimme für geistliche Neuaufbrüche und den Schutz des Lebens wahrgenommen. Am 18. Mai wäre Papst Johannes Paul II. 100 Jahre alt geworden. Unter den Würdigungen stach ein persönlicher Brief des emeritierten Papstes Benedikt XVI. heraus. Die Catholic News Agency zitiert ihn, Was die Lebensbilanz des polnischen Papstes angeht, zeichnete der Wiener Kardinal Christoph Schönborn ein differenziertes Bild. Johannes Paul II. ist ja einer der ganz großen Päpste, zitiert ihn das Internetportal katholisch.de. Aber Bischöfe habe Johannes Paul II. manchmal an allen Institutionen oder an allen Gremien vorbeiernannt, sagte der Wiener Erzbischof. Auch in Österreich habe der Papst direkt Einfluss genommen, und zwar schmerzlich, so Schönborn. Zum Umgang Johannes Paul II. mit den Missbrauchsskandalen in der Kirche sagte der Kardinal, Er war mit dem Thema Missbrauch irgendwie überfordert. Ich glaube, er war ein so lauterer Mensch, dass er sich das nicht vorstellen konnte. Herr Wimmer, das Kapitel Johannes Paul II. und die Kirche im deutschsprachigen Raum ist bis heute nicht frei von Spannungen und Verletzungen. Woher rühren die und welche Chancen auf Heilung gibt es? Ich glaube, die beste Chance auf Heilung ist der weitere katholische Blick auf das, was diese große Figur, in jeder Hinsicht große Figur, geleistet hat. Schauen Sie, die Wiedervereinigung Europas, der Sturz des Kommunismus und der Beitrag der katholischen Kirche ist durch den Schlüssel des polnischen Erlebens zu sehen und auch das Rebranchement der polnischen Bischöfe gegenüber den Deutschen. Hier haben jetzt auch die deutschen Bischöfe in einer zum Teil umstrittenen Selbstwahrnehmung unter die Lupe genommen, wie sich die Hirten im Zweiten Weltkrieg und im Naziregime verhalten haben. Hier sehe ich eine Chance, vorwärts zu kommen, ganz abgesehen davon, dass theologisch da noch viel zu holen ist. Stichwort theologisch. Johannes Paul II. ist seit 15 Jahren tot, seit sechs Jahren heilig gesprochen. Was würden Sie sich wünschen, dass vom Lebenswerk dieses Papstes nach so langer Zeit endlich rezipiert und gewürdigt wird? Da gibt es natürlich sehr viel zu holen. Wenn Sie erlauben, ein persönlicher Wunsch wäre tatsächlich, mehr mit Fides et Ratio zu arbeiten. Als studierter Philosoph, der vom Atheismus konvertiert ist zum Katholizismus, spielt das eine ganz wichtige Rolle und dass hier eine Versöhnung, ja sogar eine Beflügelung stattfindet. Das haben wir diesem Papst zu verdanken. Es gibt natürlich noch viel mehr, Stichwort Theologie des Leibes und vieles andere. Aber ich glaube, dass gerade der Schlüssel der Vernunft uns helfen kann, dass der Katholizismus wieder dort steht, auch im Verständnis dessen, was die westliche Welt dazu leistet, was er wirklich drauf hat. Das war es schon wieder. Danke, Herr Wimmer, für die katholische Lupe zu aktuellen Meldungen. Schön, dass Sie wieder einmal bei uns waren. Vielen Dank für die Gelegenheit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht hat Ihnen die Sendung auch den ein oder anderen neuen Ein- oder Durchbrick vermitteln können. Danke für Ihr Interesse. Nächsten Monat sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017